das wird auch nicht reichen vielleicht tja scharf nur was machen wir nur ich habe aber nichts dabei was die essen könnten das würde ich jetzt vielleicht einfach mal mir ein schaf rüber holen dann bräuchte ich es nicht einfach sinnlos schlachten aber ich habe leider nichts da was du essen kannst und deswegen tut es mir leid ok hier machen wir einfach mal die belohnen da guckst du ne da guckst du ne so das kann jetzt hier hallo schön wachsen so mhm mhm jetzt ein kakaobohnen ich glaube ich ein paar mehr ne so jetzt ich habe es wird reichen mhm 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 zack zack dann hier genauso ja schafi ne guckst du ne so hopp und hopp und hopp und hopp dann ja zack 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 mhm mhm die große frage mache ich mir da wirklich kakao in Vielleicht doch lieber eine andere Sorte. Ich habe nur noch zwei Stück von. Wann bräuchte ich noch ein paar? Das ist mir wirklich echt. Ich glaube jetzt bin ich Kakao. Das lasse ich den Kakao. Die braucht man nicht wirklich. Komm. Stattdessen die einmal habe ich noch. Ja, ich glaube es draußen. Aus Gründen. So. Die können jetzt mal weg. Die können weg. Die können weg. So. Ich habe jetzt hier mein Dschungelholz. Das habe ich hier gehabt. Die machen wir da mit rein. Das Fleisch auch. Die wollen wir auch einfach mit da rein. Auch wenn sie nicht rein wird. Das ist egal. Ähm. Was brauche ich sonst noch? Wenn sie Rosenblättern bräuchte ich noch was sonst. Aber hier habe ich. Geschütze überhaupt. Nee. Gut, wir gehen aber erstmal schlafen. So. Wir haben uns ja fast geschafft. Ich bin ja auch so müde jetzt schon. Die ganze Feldarbeit. Die ganze Zeit. Ja. Gut. Och nö. Komm ey. Das kann so nicht wahr sein. Ich flipp hier. Der macht bestimmt alles kaputt. Obwohl ne. Der ist auf der Seite. Gut. Echt. Du bist. Du bist auch ein Fett des Vieh. Ja ne. Junge Junge. Alter Schwede. Das ist aber auch hier einer. Junge. Oh. Das. Oh. 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 Gott. Das war aber auch ein Fett des Vieh. Hier. Das. Oh. Das klingt jetzt immer nach dem Wasser. Oh. So. Dann. Hier ist keiner drüber gewesen. Nein. Gut. Ja. Okay. Mhm. Dann hier wieder das. Aus. Hopp. Wunderprächtig. Wunderprächtig. So. Einmal schnell Wasser holen. Die Schleimbälle wieder weg. Mhm. Jetzt ist noch einer. Überall hier ne. Echt ey. Schlimm ist das mit dem. Ja. Wir wissen es tummeln sich wieder und so ein paar hier ne. Das ist ja schon mal gut. Also Tiere meine ich jetzt ne. Oh. Warte mal. Ich brauche ne Rosenglitter. Hahaha. Äh. Sieben Stück. An der Hand ne. Oder an der Zahl wie man sagt. Ja. Ja. Das ist ja schon mal gut. Okay. Mmh. Wir haben ein paar. Gut. 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 So. Hm. Guck. 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 Ich weiß gar nicht ob wir hier alleine sind oder. Jetzt kann ich uns genau dieseしue dieGens cartel bringt. Niemich hier und so etwas das geht auf die Oga aber definitiv überw Kosten. Tiefst es erst mal die Betrugung AG jedeApp auch hier rein wäre oder die à Hopp ob sich HIS hier ist ein bisschen bisschen knapp schon wieder aus damit ne aber hinten ist auf jeden Fall mal was hoff ich denke ich so das ist es nicht nur da noch was das geht nicht gesehen so war noch welche da zwar nicht mitgezählt aber so viel dürften sich mal sein die jetzt fehlen ja die Peile noch und den hier noch und dann noch war noch einer den hier toll wenn ich das weiter so mache dann wird das immer mehr den hier noch doch jetzt haben wir so das reicht das reicht das wird reichen das wird reichen bin ich überzeugt von erstmal Kartoffeln schnell essen oh lecker ja so wunderschön wunderschön ähm oh 19 Stück doch so viele das hätte ich jetzt nicht gedacht das überrascht mich jetzt etwas positiv so ach komm ist egal lass mal einfach jetzt wo jetzt ach hier geht es ja so gut 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 einmal mal auch so na wachse grün los komm wachse äh hab gesagt du hast wachsen los das ist zwar eigentlich egal aber was soll's ähm komm mach mal erstmal lang das fällt ja fertig mach mal hier die Kartoffeln nennen würde ich sagen so da 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 ja ja oh es geht schnell jetzt hier soo dann haben wir auch das gemacht was ich eine Aufnahme machen wollte das und noch tausend andere Dinge die ich eigentlich gar nicht vorhatte aber aber egal hauptsache sind gemacht hauptsache sind gemacht so hm 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 da so so Kartoffeln ja so na noch mehr nicht ... ähm holen noch ein paar sind ja nicht mehr viele die wir brauchen aber hier ist können wir mit diesem machen ob und ob und wieder haupt und ja jetzt ob so muss doch ja so die eimer stapeln wir die brauche jetzt nicht mehr aber die aber so ein paar übrig kürze noch auf dem teich ein drauflegen das wäre schön hier ist noch alles sonst ja auch wo die die können wir und die jetzt ließen ja ich kann das auch wunderbar wachsen bis zum nächsten mal hier ja ich glaube ich hab dann wirklich die felder aber die reichen glaube ich auch nicht ne weil 4 x 9 36 ne und ich hab nur 32 kalten also werden auch welche fehlen aber ist egal aber diesen kleinen rückschlag lassen muss er nicht zurückschlagen das ist schon so eine liste so muss ich mal aufbauen vorbereiten und holen äh das hatte ich gesagt gerade wie viel fehlen ich weiß es gar nicht mehr ist egal wir holen einfach welche wenn wir denn welche hätten och jo ist jetzt ein witz oder was warte mal ich hab ja auch ungebackene oder ich hab ja auch ungebackene oder ne 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 So viel gekochtes Schweinefleisch noch. Das werden auch immer mehr. Das muss ich niemals in dem brauchen werden. So die Karotten, die haben pflanzt man die schon mal ein. Vorher werden wir einfach hier draußen mal gerade wegen den Rosenblättern. Vielleicht mal so ein, zwei Stück vielleicht. Da mal einer und da mal einer. Den lieber nicht, das soll ja wegen Licht, deswegen genau, ja, 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 vielleicht lieber mal. Wenn ich den einen da hinmache, ja es reicht so, komm, ist gut, ist gut, ist gut, das reicht so. Manchmal ist es weniger mehr. So ein kleines Teich hier drin, das ist auch schön, die können wir vielleicht an Hasenstellen machen. Was ja wirklich noch eine Option ist, wieder Eier mit dabei. eine. Ja. Oh, noch ein Hühnchen, schön. Guck mal. Hopp, und. Nee. Gut, wieder ein Meer, klasse. So, die Rosenblätter packen wir jetzt weg. Kann ich die eigentlich einpflanzen? Giftige Kartoffel. Wie geht das? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich wüsste es jetzt nicht. Aber wir können es mal probieren. Gucken, was dann passiert. Wenn es geht. So. Die andere Frage. Ne? Ne. Ne, es geht wirklich nicht, ne? So. Wovor hat da hier eine gefehlt? Ne? Ne? Gut. Das hat gestimmt. Hey, da guckst du. Ähm. Gut. Wir müssen noch wohl oder übel warten. Ich muss wieder auch alles wieder backen. Ist klar, ne? Das ist schnell gewachsen hier, ne? Ne? Nicht wenig, ne? Müsst du dich jetzt warten, bis das hier gerade ... Ah, was gewachsen ist. Was dauert noch? Müsste wir halt beim nächsten Mal machen. Oder? Kann man da irgendwie noch ein bisschen nachäffen oder so? Mit ... Dem ... Ne? Knochenmehl? Machen wir einfach mal. Komm. So. Weil das würde ich ja schon ganz gerne. Das wäre cool, als würde ich jetzt so fertig hätten, ne? So. Mhm. Machen wir einfach. So. Hopp. Hopp. Und hopp. Sehr schön. Haben wir ... Ja, das reicht, das reicht. Sehr schön. So, 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 so. Wunderbar, wunderbar. Und ich kann sogar noch ein Essen dann. Geil. So, hier wieder alles zu. Wir können schlafen gehen. Ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Du bleibst draußen. Aus Gründen. So, hopp. Und hopp. Klasse. Wollen wir was essen? Nein, hungrig bin ich nicht. Gut. Okay. An der Stelle verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr habt es geschafft. Feld ist fertig. Teich ist fertig. Mehr gemacht, wie ich wollte. Also nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure Neko. Ciao, ciao. Uhhh. Tsk, 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 tsk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.